Gibt es Chancen für die Abwärtsbewegung, dass diese so langsam aber sicher zu einem Ende kommt? Das wäre doch mal schön, nachdem es jetzt so heftig runtergekommen ist. Ihr seht das hier oben noch mal im Tagesschart. Uiuiui, das ist eine ganz schöne Hausnummer, was der Markt hier verloren hat. Und die Chance, dass der Kurs jetzt vielleicht doch wieder dreht, dürfte den ein oder anderen zumindest mal wenigstens ein bisschen Hoffnung geben, dass das nur ein böser Traum ist. Tatsächlich, aktuell gehen die Märkte nach oben. Fangen wir mal mit dem DAX an und dann sehen wir diese Aufwärtsbewegung. Das ist das letzte Stück, was wir hier jetzt sehen. Ein heutiger Tageschart beispielsweise ist wieder gespiegelt in dieser Bewegung. Und was wir machen in so einer Situation, ich nehme euch mal mit, wie wir uns das angucken, ist, das ist der tiefste Punkt. Jawohl, der Kurs kam von oben und dann verfolgen wir mal. Wir hatten hier eine kleine Gegenbewegung, hier eine große, hier wieder so ein bisschen kleine, hier wieder eine etwas größere. Also ich würde zumindest mal sagen, dass diese beiden hier so halbwegs zueinander passen. Und das ist schon ganz schön überschneidend. Ich habe die Befürchtung, die Sorge sozusagen, dass das Ganze dann doch eher etwas korrektiv noch ist. Naja, warum ist das so wichtig? Ob das hoch ist, ist doch erstmal hoch. Nicht ganz, je korrektiver es aussieht in eine Richtung, desto eher habe ich die Vermutung, dass es anschließend doch noch mal, zumindest noch mal ein bisschen weiter nach unten geht. Ob es noch viel weiter nach unten gehen muss, ist da noch mal dahingestellt. Wir kommen so langsam auf Unterstützungsbereich. Letzte Zwischentiefs, das hoch, was wir hier hatten, um die 13.000. Also arg weit ist diese Unterstützung nicht mehr entfernt. Insofern hat man vielleicht die Chance, dass es dann eintritt. Ich muss aber sagen, hier tue ich mich schwer. Ein bisschen zur Orientierung. Hier vorne ging es auch steil runter, anschließend auch mehr oder weniger wackelig nur. Und eben noch mal die Fortsetzung. So ähnlich könnte ich mir das jetzt wieder vorstellen. Das ist jetzt hier auf einer sehr kleinen Zeitebene. Aber so richtig begeistert bin ich hier noch nicht davon. Ich will es aber nicht ausschließen. Ich weiß, das ist immer ein verhasster Spruch. Viele sagen, ja, Rüdiger, das ist am einfachsten. Schließe am besten gar nichts aus und dann hast du immer recht. Es geht beim Traden nicht darum, Recht zu haben, sondern es geht beim Traden darum, dass man überlegt, welche wahrscheinlichen Szenarien oder welches Szenario ist am wahrscheinlichsten und lohnt sich deren Umsetzung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und häufig sagen eher unerfahrenere Trader, ja, aber dann verpasse ich diese Chance oder jene. Ihr dürft nicht vergessen, jeder Trade birgt ein Risiko. Das wird auch, wenn ihr 30 Jahre lang Erfahrung habt und das täglich macht, sich nicht ändern. Und ihr als Händler müsst die Entscheidung fällen, lohnt für die aktuelle Situation das Eingehen eines Risikos oder ist es eigentlich nicht sinnvoll? Deshalb könnte man trotzdem richtig liegen, trotzdem falsch liegen. Aber diese Relation, die passt nicht. Der sogenannte Erwartungswert passt nicht zu den Risiken, die ich da entsprechend eingehen müsste. Und das ist aus meiner Sicht hier aktuell der Fall. Ich bin also noch nicht ganz daraus, dass es nicht bullisch sein kann. Mir gefällt dieses Gesamtszenario unter diesem Gesichtspunkt allerdings nicht, weshalb ich aktuell nicht auf die Kaufseite wechseln möchte im kleinen Zeitfenster. Aber ich auch nicht mehr auf die Shortseite gehen will, denn das Potenzial ist einfach nicht mehr weit. Es sei denn im kleinen Bild, dann wenn ich eine scharfe Bewegungsrichtung habe, es könnte ja sein, dass wir nachher sowas bekommen, sowas bekommen, dann mache ich natürlich Zwischenschorts. Ich habe solche Szenarien ganz häufig euch schon vorgestellt. Daran hat sich natürlich auch nichts geändert. Schauen wir mal nach Amerika, wie es da aussieht. Da ist das Tohuwabu am Ende ähnlich. Ich muss auch hier sagen, dass ich noch nicht so richtig sicher bin. Ich will euch gerne einen 4-Stunden-Chart mal zeigen. Achtet mal so auf diese Bewegung. Das hat schon fast was Fünffälliges. Also ich würde mich gar nicht wundern, wenn das jetzt so langsam aber sicher dem Ende entgegen geht in dieser Bewegung. Anders als beim DAX finde ich dieses Bild zumindest mal insofern besser. Machen wir mal die gleiche Analyse. Vom tiefsten Punkt aus, das ist von hier. Ich gucke noch mal. Jawohl, war der tiefste Punkt. Immer noch mal testen, das ist immer ganz gut. Das war der tiefste Punkt. Und dann haben wir hier eine Gegenbewegung, wir haben hier eine Gegenbewegung und wir haben hier im Wesentlichen. Aber ihr seht, die sind alle drei auf einer sehr unterschiedlichen Größe unterwegs. Theoretisch sogar noch hier und der sind gleich groß und der ist hier viel größer. Das heißt, hier kann ich mit diesem Überlappungsargument vielleicht gar nicht so sehr starten. Das heißt, in Anbetracht dessen, ich gehe noch mal hier auf das 4-Stunden-Bild, dass das fast schon, wie ist er denn da drauf gekommen? Das müssen wir noch mal angucken. Hier war offensichtlich eine Pause. Hier war eine Pause. Ich habe früher mal häufig so einen alten Indianertrick, habe ich immer das genannt, weil das ist so ein, eigentlich ein sehr einfacher Trick, aber der sehr effizient ist. Tipp aus der Praxis sozusagen. Wenn ihr diese Verlaufsmuster nicht immer gut erkennt, kneift mal, schaut euch mal diesen Chart an, kneift jetzt die Augen zusammen, sodass ihr nur noch so gerade eben zwischen den Wimpern durchgucken könnt. Das klingt total doof, wie jetzt und das ist ein Fachmann und dann macht er da sowas, aber wenn ihr das nicht so mit bloßem Auge seht, probiert das mal aus. Und wenn ihr euch dieses Szenario hier mal anguckt, was wir hier haben, dann stellt ihr fest, irgendwie war hier was, was hier nicht so genau zuordnet und irgendwie war hier was, was nicht so genau zugeordnet ist. Aber irgendwie so eine Pause. Vorher ging es schnell, hier ging es schnell und da hinten ging es zumindest noch mal ein bisschen abwärts. So und wenn ich das so halbwegs so male, manch einer erinnert sich, naja, das kommt mir jetzt wieder bekannt vor. Das ist doch dieses typische Impulsivbewegungsmuster Schub, Pause, Schub, Pause, Schub. Und das ist vorläufig eigentlich eine Haupttrendrichtung. Das heißt, wenn wir jetzt in den nächsten Stunden was Wackeliges nach oben bekämen, würde ich sogar noch mal von der Abwärtsrichtung sprechen. Was das für das übergeordnete Bild ausmacht, soll uns jetzt in diesem Beitrag nicht stören. Ich habe dazu einen Beitrag am Wochenende gemacht, der gilt grundsätzlich immer noch und ich werde auch wieder Beiträge dazu machen. Also insofern, das soll nicht das Thema sein. Aber vorläufig muss ich ganz ehrlich sagen, für alle, die jetzt Intraday unterwegs sind, eigentlich wäre jetzt so langsam aber sicher so ein Anstieg wieder sinnvoll. Und anschließend noch mal eine Korrektur. Jetzt ist die Frage, wie kurzfristig ihr handeln wollt, ob ihr diesen Zwischenanstieg noch mal mitnehmen wollt. Und danach sagt, ich gehe dann noch mal short. Ihr seht, das ist ein ständiger Wechsel der Richtung. Viele sagen immer, ja, aber dauernd muss ich Richtung wechseln. Das hängt natürlich davon ab, welche Zeitebene ihr handelt. Wenn ihr nur auf Tagesebene handelt, dann passiert das natürlich viel seltener. Und natürlich auch die Bedingungen, dass ihr aktiv werden müsst oder könnt, sind natürlich viel seltener. Aber wenn ihr natürlich im Intraday-Chart unterwegs seid, habt ihr vielleicht sogar hier in kleinen Zwischenphasen immer mal wieder die Gelegenheit hier zumindest mal zu versuchen. Ob das dann immer weit läuft, ist dann eine andere Geschichte. Aber zumindest mal zu versuchen, da auf eine Richtung aufzuspringen. Also zusammengefasst, ich muss sagen, beim amerikanischen Markt, gemessen am Dow, und wenn wir auf den S&P gucken, stellen wir fest, das ist nicht so arg unterschiedlich, muss ich sagen, ich sehe eine ganz gute Chance, dass wir so langsam aber sicher mal in die Gegenbewegung kommen. Wir haben auch gewisse Unterstützung durch die Symmetrien jetzt hier, gleiche Größenordnung beispielsweise. Hier der Indianertrick vielleicht nochmal anwenden. Ich will nicht ausschließen, dass es nochmal ein bisschen tiefer gehen kann, aber im Moment sieht das ja jetzt noch nicht nach Short unbedingt aus hier, was wir hier sehen. Also insofern vielleicht noch nicht zwingend die Maßgabe, dass man da aktiv werden muss. Ansonsten muss ich sagen, dieses kleine Bild finde ich jetzt allerdings nicht so attraktiv, dass ich da direkt ins Tun komme. Ich bin also eher im Moment auf der Suche nach diesen vernünftigen Pattern, aber aufgrund dieses zum Beispiel 5-Minuten-Charts fühle ich mich null ambitioniert, da jetzt die Position entsprechend aufzumachen. Ich weiß, viele wünschen sich das und sagen, jetzt höre ich mir schon den Quatschkopf hier an und dann soll er mir auch sagen, soll ich jetzt kaufen oder nicht. Ich muss sagen, mich motiviert dieses Szenario nicht jetzt für Aktivismus, auch wenn ich sage, aufwärts ist bald realistisch. Was würde mich denn motivieren? Ich fände es klasse, wenn es so aussieht. Das Doofe ist, von diesem Punkt ist es jetzt ja schon nicht mehr so. Wenn ich das mal so drüber lege, ein bisschen doof. Also wenn ich mir was wünschen darf, komm nochmal einmal tiefer. Das kann ein bisschen tiefer, kann auch deutlich tiefer sein. Und danach mach mir sowas. Das wäre für mich das Wunschszenario. Ich halte mich daran und sage dann, ja gut, wenn er es nicht macht, dann muss er halt auf mein Geld verzichten. In diesem Markt, in dieser Zeiteinheit beispielsweise. Aber wenn er das nachher vielleicht noch macht, im Laufe des Tages, im Laufe des Abends, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt und die Zeit habt, auf den Markt zu gucken. Dann wäre das für mich attraktiv. Tief durchaus mit Ambitionen für Long aufgrund der Stärke und der Ausdauer der Abwärtsbewegung. Und dass wir hier, ja auch manch einer sagt, ja hier ist doch auch nochmal Unterstützung. Hier ist nochmal die Symmetrie. Ich hatte es eben beim S&P gezeigt. Also das ist relativ ähnlich aktuelles Niveau. Ihr müsst gar nicht die Zahl groß kennen. Ihr könnt sehen, die letzten zwei Tage, heute und gestern, bisher jetzt das Tief, ist da ein ganz gutes Indiz dafür. So, ich hoffe, dass euch das ein bisschen inspiriert, wie ihr auf die Märkte gucken könnt, wie ihr solltet. Dass ihr vielleicht eine neue Idee habt, was ihr da machen könnt für eure eigene Handelsentscheidung. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite seid und wünsche euch, dass ihr viele Schübe in die richtige Richtung und korrektive Gegenbewegungen seht, die ihr dann nutzen könnt. In diesem Sinne euch alles Gute.